hallöchen meine lieben freunde und willkommen zu einer weiteren folge von idles skilling es sind wieder ein paar tage vergangen und ich habe mich jetzt dazu entschieden nachdem wir jetzt dieses vierte areal erreicht haben wir werden gucken was daraus entstanden ist dass wir uns mal wieder zurücksetzen werden um ein bisschen die punkte die wir bekommen haben wieder einsetzen zu können vorher fangen wir erst mal an ich gehe erst mal auf neue funktion ein was also passiert ist und danach auf die kommentare ich habe wahnsinnig viele kommentare bekommen oder zumindest kommentare mit wahnsinnig viel inhalt und die werden wir jetzt im vierten areal bin ich da haben die gene etwas etwas mehr leben wie man sehen kann und wir fangen an einfach mal ganz standardmäßig alles mitzunehmen wir sind bei level 93 fighten können wir überspringen die perks die meisten habe ich jetzt geskillt kriegt jetzt sogar schon 0,4 kills pro zehn pro kill ähm craften wir sind kurz vor dem ja das natürlich das refraktium wobei das denke ich völlig egal ist im endeffekt beim nächsten mal ist wahrscheinlich sogar noch einfacher haben wir hier irgendwas nehmen ich glaube ich habe ich auch nichts mehr geskilled gehabt nö tatsächlich werden wir auch nicht wirklich weiterkommen großartig denke ich deswegen ist es ganz gut einfach mal von vorne anzufangen einfach mehr fisch catchen zu haben und so weiter aber da gucken wir doch mal ich würde sagen wir gucken uns erstmal den neuen die neue funktion tunnels an da war ich noch nicht drin gewesen select das spelunker an sentiment mit dem turn to search for treasures ah ja spelunker a sonst haben wir keinen mehr ähm jump you can extract at any point to claim the treasure he found you found you have found nothing so far mhm gut der hat also noch nichts gefunden der ist fertig hier ist dann erst fertig no back dick down der jetzt schon 265 meter nach unten wahrscheinlich hier ist hier ist es am konzert zu starten das bildung aber sein upgrade mit 202 t gold was ich noch lange nicht habe und einer münze ich habe noch kein noch keine 202 t aber wir sind gerade mal bei b und danach wird wahrscheinlich das tk um die trillionen können wir uns neue spielung kaufen für 12 qq da kommt es langsam wieder in einen bereich der etwas lächerlich ist die ganzen diese ganzen alten games irgendwann haben die einfach so viele buchstaben das und wie ziemlich langweilig ist aber gut wir gucken mal was haben wir hier gibt es gibt es sentinel the treasure he desires and he will let you build upgrades in his domain wir sollen immer so zeugs geben ich habe schon sechs coins gegeben new plans new flowers new portion ein neuer pflanzen neue volumen neue neue tränke increase the total number of builders available to manage ich habe einen bilder was brauche ich hier drei noten hier brauche ich ein paar klee blätter ok sonst kann ich noch nicht wirklich viel machen man you need to assign a builder to actually build a town tap the builder button now tap the build and then tap on the upgrade this will let you spread your builders and laters ja ja naja der baut hier gerade der hat der hat auf dem schädel rum building 180 pro stunde ich weiß nicht genau wie wir brauchen 105 war das heißt jede minute anderthalb etwa müsste also langsam nach vorne kommen das sind also die tunnels limbo schauen was wir hier neues haben erstmal können wir ein paar neue kontrakts erfüllen 60 face stompers 70 rubium trinkets schauen wir mal ob wir gleich noch fertig machen können 229 grüne seelen 193 blaue seelen auf einmal das wird eine weile dauern ansonsten maximal oder insgesamt das kartennöp von 60 insgesamt das kartennöp von 125 sind wir noch nicht bei ah crusade ist nichts neues dazugekommen ähm karten da ist das was worauf ich später wenn ich kommentare vorlese noch mal genau darauf eingehen werde mir wurde gesagt ich soll einfach mal alle karten formen das habe ich auch getan also ich habe so lange das gegen den gegner besiegt so bis ich die karte bekommen habe und wir schauen uns einfach mal an welche skills sie alle haben da ich nicht mehr weiß was ich vorher schon hatte gehen wir einfach mal alle karten durch die erste seite ist komplett voll die grüne seite 5 prozent heilung von high skills 2 prozent mining erfahrung getreffsicherheit reduktion claw damage smith ring xp also eigentlich derzeit noch nicht wirklich was interessaltes Glitch haben wir hier noch so was haben wir sonst so akuracy monster cash einfach zehn prozent monster cash nicht schlecht äh was haben wir hier cardjob chance vielleicht könnte man die irgendwann nochmal austauschen äh es gibt ja sogar auch biecher die uns den ap erhöhen ne ein prozent ein prozent seelen nach dem ascenten behalten wir trinket effizienz 12 prozent monster cash ein prozent seelen nach dem ascenten behalten okay die ganzen blauen habe ich auch schon vollständig gemäxt und das ist hier entsprechend das rote die unbekannten da wo wir derzeit sind das heißt wir haben noch einige bereiche vor uns wie man sieht und zumindest noch andere karten ähm ich hab bin der mann ich hab irgendwas mit äh ap gang gesehen gehabt ansonsten alles nicht wirklich irgendwie was von relevanz oder also ich finde jetzt nicht dass es irgendwie was gäbe was jetzt so super ultra krasses was wir unbedingt bräuchten tatsächlich nichts einfach davon ich finde die drei die wir haben finde ich ganz gut das cardjob chance okay das könnte man tatsächlich vielleicht austauschen das werde ich mal über die zeit noch gucken ob wir das noch hinkriegen farming wir haben hier eine äh eine potion die dauert noch fünf stunden ne von dem zeug hier ich bin hier grad die ganze zeit am neuesten hacken 45 geht auch ne geht noch nicht weiter an dem da hacken auch wenn ich noch nicht so wirklich sinn hierin sehe also klar man die getränke zu machen was ultra stark ist muss man sagen wenn wir das mal bemoven haben wir schon einige getränke gemacht äh level 2 level 3 plus 48 prozent plus 60 prozent erfahrung von allen gyms skillers 800 base damage dazu finde ich auch nicht verkehrt aber dafür bräuchte ich natürlich mehr von diesen die habe ich aber schon also ich würde das mit dem mit den getränken finde ich schon ziemlich nice muss man sagen das gefällt mir aber ich wollte wie gesagt so eine übersicht ähm welche tränke es gibt und wie man sie bekommen kann plus 10 prozent exotische blumen mhm ok und hier hinten sind wir sonst noch nicht weiter ansonsten klar sollten wir auf jeden fall neue neue getränke hier sich ähm versuchen zu mixen aber da fehlt mir auch halt wieder die information wobei man kann natürlich vielleicht äh drauf schließen dieses ding hier und entsprechend der dritte fehlt mir wahrscheinlich das hier und das dritte könnte es das sein mit schlamm habe ich mit dem habe ich vielleicht auch und vielleicht das hier ob das entsprechend der nächste trank wäre ich weiß nicht ob es nach der logik ginge das wäre natürlich extrem interessant so der cauldron hier den könnte man auch upgraden da sind die abgegradet naja wie gesagt wir werden wahrscheinlich gleich einmal rebooten das macht dann wahrscheinlich keinen unterschied äh 500t 6 und 500t für den nächsten wow so wir gehen mal hier nach der tatsächlichen logik die ich da habe 1 2 3 wobei ich ich kann es nicht ich verstehe es nochmal ganz kurz er würde tatsächlich das gleiche wieder machen das finde ich etwas ärgerlich was passiert wenn ich das mache was ich schon gemacht habe wahrscheinlich macht er nichts besonderes sondern sagt einfach ja ist halt schon getränk haben wir schon oder den trank hast du schon gebraut wir kriegen natürlich fleißig punkte dazu level 33 sind wir hiervon ohne dass wir also noch lila tränke später oder ist es das hier na ich bin noch unsicher was das angeht ähm ja ohne dass wir wirklich was machen müssen kriegen wir einfach das zeug dazu das kann man leider nicht verkaufen das kann man nicht nur benutzen wobei das benutzen echt interessant das muss man sagen ok dann hier mal wieder grow all kann ich mal alle wieder mitnehmen harvesten wir hier und das packt ja gleich alles wieder rein das was vorher drin war das kommt auch jetzt wieder hinein was sind mit dem hier eigentlich ja ich könnte auch das hier noch machen eine andere plume so finish ah ok dann gibt es kein allzu interessanten kein allzu interessantes feature verstehe wenn man das schon mal gemacht hat aber brauchen wirklich eine logik dafür sonst verschwendet man jetzt nicht viel zeit so und natürlich die pets noch ähm ja ist eigentlich wie gesagt völlig völlig irrelevant derzeit mir wurde auch gesagt hier ist ja immer wieder regelmäßig die eier ähm mitnehmen ist ja auch richtig so damit wir mehr eier erfahrung bekommen wie ihr unten rechts sehen könnt irgendwie regelmäßig eiprozente und wir haben auch schon ein neues tier bekommen und zwar diesen ziegenbock und halt die seemöwe die haben wir schon und man kann wenn man möchte hier im kodex die tiere neu anordnen hier kann man tap pets to rearrange das heißt wir können entsprechend die hier einmal umswitchen und dann hätten wir halt in ähm ja dann wärs halt bisschen sauberer von der struktur her ne find ich ganz cool gut ansonsten haben wir hier sonst nichts mehr ne wir sind derzeit wie seit am fighten und dies und das und jenes portal haben wir natürlich noch ich hab eine neue funktion zum freie schatten asylum ebenfalls mit dem neuen bereich und da werden wir doch einfach mal gucken was es hier gibt denn ich hab davon keine ahnung wir haben fünf schluss und die nächste schluss gibt es dann 120 minuten ähm emigdala was ist das hier er will 9000 pilze haben habe ich die schon habe ich noch nicht scheinbar open und shop warte mal hier upgrade über 50 ok das gucken wir uns sobald wir mal da drin sind ist das so ähnlich wie die raids da gucken wir auch gleich nochmal da wollte ich aber grad gar nicht hin so asylum machen wir doch einfach mal kämpfen mal gegen den ersten attack reduziert um 26 runtime 2 minuten price ein schalüssel und wir gucken mal ob wir den besiegen können knock knock und da ich bin hässlich achso block ist noch äh oder jetzt blockt er nicht mehr ja genau ähm der hat ein bisschen leben ein bisschen ein kleines bisschen ein kleines bisschen leben hat er ich mach ihm nicht mehr umfassern damage mein kompletter damage ging raus und er hat kaum was verloren ok das ist also noch nicht für die jetzige stärke gedacht von mir ähm das äh wird noch nix ansonsten können wir halt hier im shop die stärke aufrüsten äh bonus stats für alle äh gecrafteten items ne tinkering equipment ist äh oben beim crusade da gibt es tinkern und hier haben wir noch recoup 0% chance zu not use up materials in smithing and brewing wir haben eine chance die materiale nicht zu benutzen trotz dass wir den gegenstand bekommen haben sehr cool sehr cool so dann würde ich sagen guck mal hier noch im raid nach denn ich habe nämlich ein paar gegner besiegt die habe ich komplett gekillt die habe ich auch noch komplett gekillt auf nightmare den kriege ich auf nightmare noch nicht hin und den habe ich auch auf daydream schon gekillt wir machen mal einfach mal den hier nochmal zusammen wobei machen wir den hier äh damit wir den gehen einfach mal gesehen haben aber ich glaube wir haben den schon zusammen besiegt den kämen wir noch solange er rot ist können wir ihm schaden machen wenn er dann gleich blau wird können wir ihm keinen schaden machen was super nervig ist so das ist der gegner gewesen mhm dann haben wir noch den demonic anathema den wir besiegen können den zweiten den kriege ich noch nicht dauernd habe ich einfach zu wenig schaden für so etwas wäler dazu so zack 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 anion gibt es noch dazu neun dreiviertel schaden haben wir ihm gemacht der rest müssen wir jetzt über eigene skills noch machen also wir kriegen 20.000 derzeit von ihm 22.000 da gibt es aber tatsächlich andere die wir besser abfarmen können um diese rewards zu bekommen gucken wir uns auch noch mal gleich an wir haben nämlich wahnsinnig viele rewards die folge wird ein bisschen länger gehen wahrscheinlich und wir kriegen keinen loot hm schade gut dann gehen wir mal wieder zurück zum raid und dann können wir ich glaube den habe ich immer abgefahren ne ich glaube den auf den hier ich glaube irgendwas hat 50.000 gebracht das hier vielleicht hm ich glaube ja und dann hat 50.000 pokale gebracht lass mich nochmal gucken nein nämlich nur 936 ok habe ich 10 dafür bezahlt ich glaube nicht oder der der headless entertainer also ich habe 10 tickets klar muss bezahlen die frage ist ob ich den besiegt hatte und dafür 50.000 bekommen hatte da bin ich mir dann unsicher ja ok doch der war das aber wir kriegen hier 55.000 und wir kriegen sogar ein raid ticket und wir bekommen ah verdammt schaffen wir nicht mehr haben nur noch 7 da kriegen wir wahnsinnig viele pokale die wir natürlich benutzen können ich hatte ja im letzten ich glaube in der letzten Folge schon mal gesagt gehabt dass mir gesagt wurde ich soll das hier nicht nicht aus dem grund dass wir natürlich am anfang einfache level bekommen einige kommentarschreiber widersprechen also die widersprechen sich hat der eine sagt so der andere sagt so auf jeden fall interessant ich weiß nicht auf wen ich hören soll auf jeden fall finde ich das hier natürlich ganz interessant die prozente zu reduzieren wir machen meinetwegen mal alle auf acht prozent dass wir nur noch ein fünftel weniger brauchen finde ich an sich nicht verkehrt ist ein bisschen teurer aber das ist so xp required to mine das finde ich ganz gut wenn wir das noch tatsächlich noch ein bisschen höher stufen auf zehn prozent vielleicht wir schauen mal ob wir alles auf zehn prozent hochgehen das wäre einfach eine glattere summe und das fischen reduzieren oder ne erhöhen wir auch mal so das dingenschen hier spiriting das ist auch super super schwierig zu leveln deswegen werden wir das noch ein bisschen höher bringen und dann haben wir noch hier skillers geben plus 50 prozent erfahrung wir machen mal plus 100 prozent also doppelt so viel erfahrung geben die jetzt uff das ist aber teuer Stärke ich kann es einfach nicht gedrückt werden ich muss jeden einzelnen anklicken das ist voll nervig aber wir haben 500.000 dafür das ist okay wir haben 500.000 pokale auch die endurance skillers geben uns 100 prozent mehr erfahrung das sind passives die bleiben uns also immer erhalten und genau das habe ich auch schon geskillt Autocast alle fünf sekunden statt alle 17 sekunden was wir damals hatten ist entsprechend teurer geworden 50.000 kostet wir können hier auch noch was machen aber das bräuchte ich tatsächlich derzeit überhaupt nicht mit deswegen haben wir noch 318.000 übrig um einfach mal überall alles auf 10 prozent zu bringen erstmal nicht verkehrt so smithering und das fischen und dann schauen wir mal was wir sonst noch machen könnten mit den ach hier auch noch dann haben wir tatsächlich gleich schon keine Punkte mehr was wir sonst noch mit den Punkten machen können ähm ja gute Frage ich glaube ich würde das Mining einfach ein bisschen weiter verbessern oder das Spiriting weil da brauche ich natürlich auch ein Contract derzeit dafür oder habe ich ein Contract dafür und der gar nicht so einfach zu erfüllen ist so dann machen wir das so da haben wir auf jeden Fall genügend Pokale rausgehauen um uns das nächste Mal wenn wir wieder anfangen Ascenden dann etwas schneller voranzukommen gut ich würde sagen mit den Neuigkeiten machst du das erstmal wir würden jetzt in der nächsten Folge nochmal die Kommentare durchgehen und danach würde ich wahrscheinlich im Anschluss gleich nochmal zurücksetzen na Rebirth kann ich hier scheinbar gar ach so siehst du die Mastery Points da war auch noch äh eigentlich zum Ascend Rebirth kann ich tatsächlich immer noch wahrscheinlich muss ich ab und zu mal noch ein paar mal resetten hier ist auch noch was dazukommen gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge meine lieben Freunde wir sehen uns bis dahin haut rein ciao ciao